Meine Damen und Herren, in Ergänzung unserer Programme übertragen wir nun vom 27. Chaos Communication Congress in Berlin die Diskussion, was heißt hier digital? Was kommt nach dem analogen Radio? Die Moderation haben Tim Pridlaw und Peter Welchering. Wir schalten jetzt um in das Berliner Kongresscenter. Ja und der letztgenannte Peter Welchering begrüßt Sie auch ganz herzlich hier aus Saal 1, ein runder Saal, relativ gut besetzt für die Nachsucken-Koma-Zeit, 14 Uhr, das ist ja immer ein wenig problematisch. Es soll also gehen um die Frage, was kommt denn eigentlich nach dem analogen Radio? Was heißt hier digital? Und wir haben schon im Vorfeld mit vielen Teilnehmern hier darüber gesprochen, wie die so die Radio-Zukunft eigentlich sehen. Wir wollen das zunächst ein wenig auf dem Podium andiskutieren und dann aber auch sehr rasch nach 30 oder 40 Minuten die Diskussion öffnen, sodass wirklich eine Gesamtdiskussion stattfinden kann. Alle, die hier in Saal 1 sitzen, eben auch mitdiskutieren können. Ich freue mich, dass Tim Pridlaw mitmoderiert. Tim, deine erste Frage und vielleicht auch die Vorstellung der beiden Diskutanten. Ja, auch erstmal hallo von mir. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, über die Zukunft zu diskutieren. Ich habe mir eigentlich irgendwann mal geschworen, nie wieder auf einem Panel teilzunehmen, wo es irgendwie um die Zukunft geht, weil da weiß eigentlich sowieso keiner so richtig, was kommt. Trotz alledem werden wir es nochmal probieren. Aber vielleicht ist es doch viel sinnvoller, erstmal auf die Gegenwart zu schauen. Jetzt haben wir ja hier vor allem Vertreter vom Deutschlandfunk, Deutschlandradio Komplex. Wie sehen Sie denn die Ist-Situation eigentlich? Also bevor wir uns sozusagen der Zukunft entgegenrecken und dieses Analog-Digital-Komplex auseinandernehmen, was ist denn sozusagen die Ist-Situation gerade? Wie fühlt man sich denn jetzt gerade so als öffentlich-rechtlicher Radiosender? Ja, und dafür haben wir zwei Experten da. Zum einen Ralf Müller-Schmid, Redaktionsleiter von D-Radio Wissen. Das ist das dritte nationale Hörfunkprogramm. Und D-Radio Wissen ist ja gestartet, zu Jahresanfang mit dem klaren Auftrag, auch Internet und Radio so ein wenig näher zusammenzubringen. Den haben wir neben Tim Britlaff sitzen. Und neben mir, zu meiner Linken, von Ihnen aus gesehen Rechten, also Sie sehen, auf die Perspektive kommt es auch hier wieder an, Willi Streul, Intendant von Deutschlandradio. Und ich glaube, der Ist-Zustand, das ist eine gute Frage, die in erster Linie an den Intendanten geht. Eine typische Intendantenfrage. Herr Streul. Aber wir sind ganz fröhlich. Wir sitzen hier, Ralf Müller-Schmid und ich, und sind ganz fröhlich. Und wir sind auch sehr zufrieden mit den Programmen, die wir haben. Deutschlandradio sendet ja die zwei, nenne ich es mal, Kernprogramme. Deutschlandfunk mit Sitz in Köln und Deutschlandradio Kultur mit Sitz in Berlin. Deutschlandfunk mit 1,5 Millionen Hörern täglich, also was die sogenannte MA misst. Wir können nicht den Internetstream so richtig messen, was die Hörer anbetrifft. Also 1,5 Millionen tägliche Hörer mit diesem doch sehr wortstarken Informations- und Wissenschafts- und Kulturprogramm. Und wir haben 450.000 Hörer derzeit mit Deutschlandradio Kultur bundesweit. Wobei allerdings nur etwa 60 bis 65 Prozent der Menschen in Deutschland, Deutschlandradio Kultur überhaupt empfangen können. Und nur etwa 75 Prozent Deutschlandfunk. Wir haben das Problem mit den begrenzten UKW-Frequenzen. Wir sind im Spektrum des Öffentlich-Rechtlichen und dann auch Privaten die Spätgeborenen. Deutschlandradio gibt es ja erst seit 1992 und die Frequenzen sind knapp. Und deshalb sind wir über UKW nicht wirklich gut verbreitet. Und deshalb ist gerade auch das Interesse von Deutschlandradio an einem digitalen Verbreitung. Wir sind die, die dort am stärksten immer Druck gemacht haben in den letzten Jahren. Glücklicherweise hat sich jetzt doch etwas getan. Am 15. Dezember, ist noch gar nicht lange her, habe ich einen Vertrag auch unterschrieben mit der Media Broadcast. Es sind fünf kommerzielle Radiobetreiber noch ebenfalls in diesem Boot. Und Media Broadcast beginnt jetzt im Februar mit dem Aufbau eines terrestrischen digitalen Sendernetzes in der Norm DAB+. Es hat Pilotprojekte gegeben mit DAB. Und dann werden wir unsere drei Programme auch über diese terrestrische digitale, also DAB, das Digital Audio Broadcasting, dann werden wir also unsere Programme neben dem weitergehenden Analogen über UKW, Langwelle und Mittelwelle auch verbreiten über die neue digitale Technologie. Und dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Mir ist klar, dass alleine der Markt, alleine die Menschen werden entscheiden, ob diese moderne Technologie zukunftsfähig ist. Denn sie müssen sich Rundfunkgeräte kaufen, die UKW-fähig und digital fähig sind. Es gibt in der Bundesrepublik etwa 300 Millionen plus Rundfunkgeräte. Und mit dem klassischen Rundfunkgerät können sie natürlich das Digitale nicht mehr empfangen. Und wir werden beobachten in den nächsten Jahren, wie sich diese neue Technologie überhaupt am Markt durchsetzt. Sie werden sich nur durchsetzen können, wenn auch interessante Programme im Angebot sind. Und, naja, ich bin mal sehr gespannt. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass der Rundfunk für seine Zukunft die digitale Verbreitung, auch die digitale terrestrische Verbreitung über ein solches Sendernetz braucht. Allein im Internet wird die Zukunft des Radios nicht zu sichern sein. Aber wir sitzen hier und sind ganz fröhlich. Und Ralf Müller-Schmidt, ich habe vorhin schon gesagt, der ist für mich so die digitale Eierlinie. Vielleicht kann ich da vielleicht gleich mal einhaken. Also wir sind ja hier beim Chaos Computer Club und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass eine etwas andere Vorstellung vorherrscht in diesem Saal, was ein digitales Empfangsgerät heutzutage so ausmacht. Also Technologien wie DAB, DVB und auch DRM werden ja schon seit Jahren, wenn nicht schon seit Jahrzehnten sozusagen unmittelbar angekündigt, dass es morgen gleich losgeht. Aber so richtig Verbreitung gefunden scheint mir doch eher nur das Internet gehabt zu haben. Wäre es nicht sehr viel sinnvoller, bei einer digitalen Verbreitung das Internet vielmehr in den Fokus zu setzen? Das tun wir ja. Es ist ja gar nicht so, dass das eine das andere ausschließt. Also wenn wir jetzt gerade von Digitalisierung sprechen, dann meinen wir alle möglichen Ausspielwege, die eben nicht mehr analog sind. Das kann ja in so einem ganz ollen DAB-Küchenradio genauso viel Spaß machen wie auf dem iPad oder auf einem ausgewachsenen Rechner. Insofern, was Willi Stoll meint, ist auch, glaube ich, eher die Vielfalt, die uns da jetzt bevorsteht und die für uns im Radio eine ganz große Herausforderung, aber auch eine Riesenchance ist. Dass man zum Beispiel die Radiowissen auch auf dem Laptop ganz gemütlich hören kann, freut uns. Ja, aber DAB ändert ja sozusagen wenig, also ändert zwar was an der Ausstrahlung als solche, die ist dann digital und nicht mehr analog, aber das Modell ist natürlich nach wie vor dasselbe. Was die Herausforderung Internet ja mit sich bringt, ist, dass man hier einen Rückkanal gewinnt und den ja auch nutzen kann und vielleicht auch nutzen sollte, da ja die Nachfrage dafür ganz offensichtlich vorhanden ist, oder? Die Nachfrage ist ja verständlich vorhanden, aber ich will das nochmal unterstreichen. Wir müssen insgesamt wollen wir, digital heißt 0,1 und wir dürfen uns nicht an den Geräten festhängen. Wir dürfen uns weder an dem klassischen Rundfunkgerät, selbst wenn das digital ist, nur festhalten, sondern es wird in den nächsten Jahren Geräte geben, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen. Die Umstellung auf eine digitale Verbreitung 0,1 und anschließend reden wir nicht mehr über Geräte, sondern wir reden über eine Ausstrahlung auf allem Möglichen, eine Nutzung auf allem Möglichen. Ja, aber reicht das für die Zukunft, dass man jetzt auf allen möglichen Kanälen dasselbe macht, was man schon früher gemacht hat? Nee, das machen wir ja auch gar nicht, das kann man ja auch gar nicht. Also es macht ja jetzt keinen Sinn, auf dem Laptop so zu tun, als ob man am Küchenradio sitzt. Ich glaube, die eine Seite ist eben, was wir erleben jetzt, ich habe in den 90er Jahren angefangen mit Radio, habe also noch Bänder richtig geschnitten und da war das Hauptproblem, wenn man das mal wirklich so ganz Holzschmidt-artig sagen will, ein Produktionsproblem. Also die Verbreitung war klar, das war geregelt über Broadcast, über Antennen und dann eben in die Radios rein. Und wir haben uns in der Programmplanung hauptsächlich über Audienceflow-Fragen Gedanken gemacht. Also wie kann man im Nacheinander des Programmverlaufs Sachen so anordnen, dass sie beim Publikum ankommen. Den Klassiker, den kennen Sie alle, morgens Politik, Nachmittagswissenschaft, abends Kultur. So ist ein klassisches Bildungsprogramm aufgebaut. Das funktioniert tatsächlich nicht mehr unter digitalen Bedingungen von Gleichzeitigkeit. Wenn man, viele von Ihnen, wenn die Website von der Radio wissen, aber auch der Radio.de kennen, das ist natürlich ein Riesensprung von dem Nacheinander der analogen Verbreitung in das Nebeneinander, die digitalen Welt, aber da sage ich ja nichts Neues, das ist uns ja allen seit vielen Jahren klar. Insofern bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig, wenn wir jetzt gleich so in dieses Gespräch so mit dem großen Paradigmenwechsel alt, neu, analog, digital, altes Radio, neues Radio für uns in der Praxis sind das Sachen, die sich oft wirklich gleichzeitig abspielen und wir wären schlecht beraten, wenn wir so tun würden, als ob wir auf so einem Zeitpfeil ganz gerade in die Zukunft rasen. Sie haben vorhin anmoderiert, dass Sie eigentlich nicht mehr an Gesprächen teilnehmen wollten, wo es um die Zukunft geht. Sie zwingen mich jetzt eigentlich dazu, in die Zukunft zu gucken und zu sagen, mach das und mach nicht das, so einfach ist das nicht. Wir würden, wenn wir jetzt konsequent zum Beispiel nur noch auf das Internet sitzen würden, dann würden wir einen großen Teil unserer heutigen Hörerschaft ausschließen. Und es geht darum, dass wir auch unsere Produktion, auch unsere Herangehensweise an das Gestalten von Programmen im linearen, sozusagen klassischen Hörfunk, in dem wir noch lange bleiben werden, aber dass wir uns in unseren Köpfen für die Produktion auch diese Programme auf die digitale und auch nicht-lineare, also zeitunabhängige Nutzung über alle möglichen Ausspielgeräte vorbereiten. Und das ist das Spannende. Wir werden die Parallelität der Nutzung verschiedenster Wege noch lange aufrechterhalten müssen. Darin liegt übrigens auch ein Problem, denn die Kosten steigen. Aber muss sich denn nicht auch der Journalismus, der Radiojournalismus als solcher verändern? Ich meine, wenn man immer nur über neu gewonnene Kanäle und noch mehr Hörer, die brav vor dem Gerät sitzen, diskutiert, habe ich so den Eindruck, dass man eigentlich die interaktive Welle, die das Internet so mit sich gebracht hat und auch die Einforderung von Mitspracherecht in irgendeiner Form ignoriert. Kann denn das so weitergehen, wie das bisher gelaufen ist? Althminer Schmied schüttelt da den Kopf. Das sind jetzt gleich so viele Klischees auf einmal. Also einmal den braven Hörer, der ist mir noch nie begegnet. Mir ist auch noch nie das Gegenteil des braven Hörers begegnet. Auf der anderen Seite ist eben auch die Vorstellung, dass es den Rundfunkjournalismus gibt. Die ist ja jedem, der allein durch die Wellen des analogen Radios zappt, komplett fremd, weil das ist eine extrem diverse Welt, die in der Digitalisierung noch diverser geworden ist. Das ist klar durch die ganzen Podcast-Angebote, die man sich jetzt von überall her runterladen kann. Also die Vielfalt ist ja gar nichts, wo man sich entscheidet, ja lasse ich mich darauf ein und bin ich sozusagen Teil des Fortschritts oder stemme ich mich dagegen. Wir sind da mittendrin und ich sage es nochmal, die radio.de zum Beispiel ist seit Mitte der 90er Jahre mit einem damals sehr früh und sehr innovativen Podcast-Angebot in dieser Entwicklung drin. Also für uns ist es jetzt nicht so, wo wir auf der Schwelle stehen und zu denken, ups, gehen wir durch das Tor durch, sondern was wir im Moment einfach versuchen, ist die Vielzahl der Kanäle, die durch die Digitalisierung kommt, die wir auf der einen Seite als eine faszinierende Mehrzahl von Möglichkeiten, aber auch als eine kostenmäßige Herausforderung ist ja klar. Wir müssen auch Gelder nicht nur kreativ, sondern auch verantwortungsvoll einsetzen, empfinden, dass wir damit zurechtkommen. Und die Radio Wissen, für das ich hier sitze, ist eben ein Aspekt, wie man das machen kann und dazu kann ich dann auch ganz konkret was sagen, wenn Sie danach fragen wollen. Ja, da würde ich auch gleich einsteigen wollen. Also die Radio Wissen gibt es jetzt seit einem Jahr in etwa, genau, ich weiß gar nicht. 18. Januar. Inwiefern unterscheidet sich das Angebot von die Radio Wissen von dem, was Deutschlandradio bisher gemacht hat? Also wo soll es sozusagen anders sein? Wo soll es vielleicht in der Tradition folgen? Es gibt eine etwas, ich würde sagen, etwas internetaffinere Art und Weise aufzutreten. Es gibt da einen Weblog, das hat zwar nicht viele Einträge, aber fünf oder sechs sind, glaube ich, schon drin. Jetzt wird er polemisch. Wie stellt man sich sozusagen das neue Angebot vor? Was sind die Erfahrungen aus dem ersten Jahr auch? Also ich nehme jetzt mal schon wieder die gut-böse Dialektik, die Sie da so reinschmuggeln oder die Fortschritt-Rückschritt-Dialektik raus. Also wir sind seit einem Jahr auf Sendung, wir hatten einen Programmauftrag durch einen Staatsvertrag, so geht das im Öffentlich-Rechtlichen, für ein digitales Radioprogramm. Und das ist es. Da steht tatsächlich drin, Deutschlandradio veranstaltet ein digitales Radioprogramm. Da steht nicht drin, Deutschlandradio muss das Radio der Zukunft machen oder Deutschlandradio muss die digitale Generation erreichen. Da steht einfach nur das drin und das Ding heißt die Radiowissen. Dass der Programmname auf die Inhalte natürlich hinweist, ist klar. Das ist ein Wissensprogramm, kein Wissenschaftsprogramm, aber ein Programm für die Wissensgesellschaft. Dass es ein Digitalradio ist, kann wirklich sehr, sehr vieles heißen. Das haben wir ja schon gesprochen, also auf DAB gibt es das, es gibt es über Kabel, es gibt es über Satellit, also ganz normale lineare Verbreitung. Wobei, was heißt auch da normal? Und eben im Internet unter die radiowissen.de, dort eben auch nonlinear mit einer ganzen Reihe von Off-Time-Angeboten, die wir so bisher nicht machen konnten und wo wir auch die Zukunft natürlich für uns sehen bei einem jüngeren Publikum. Den Seitenhieb gegen das Weblog, den verstehe ich, der ist auch richtig. Da haben wir auch am Anfang Lehrgeld bezahlt, aber auch das ist die Aufgabe, die uns das Haus ja auch deswegen innovativ eingeräumt hat, bestimmte Fehler zu machen. Das ist nicht unser, wenn man so will, angestammtes Terrain und für uns ist vieles da auch neu und da macht man halt auch Fehler, aber ich meine, wenn man programmiert, weiß man, dass Fehler zum Geschäft gehören und da muss man sich nicht verschämen. Dann machen wir es halt besser im nächsten Jahr. Also im Gegenteil. War das der Fehler, den es blockt zu haben? Ja, gerade doch die Ergänzung von Willi Stoll dazu und danach wieder zu Tim Britlaff. Herr Stoll. Ich will noch mal etwas betonen. Dies ist das erste Rundfunkprogramm, was sozusagen klassisch, ich nenne das nicht normal, sondern lieber klassisch, in klassischer Verbreitung gemacht wurde, aber das Internet von vorne herein und die andere Nutzung mitdenken musste. Und ich habe die Kollegen ausdrücklich dazu ermuntert, ich habe gesagt, das ist ein Sandkasten. Ich möchte, dass in diesem Sandkasten gespielt wird. Ich möchte, dass experimentiert wird, dass es nicht halt eben dieses ganz vorsichtige Programm ist, wo man jede Änderung dreimal überlegt. In unseren Kernprogrammen Deutschlandradio Kultur und Deutschlandfunk, da müssen Sie sich bei Programmveränderungen, und ich bin ein alter Hase, bei Programmveränderungen verhalten wie die Igel bei der Vermehrung, nämlich sehr vorsichtig. Und wenn Sie nämlich an zu großes Risiko eingehen, dann verlieren Sie Hörer, die Sie nicht mehr zurückgewinnen. Und dieses neue Programm und die Klientel, die das ansprechen soll, die sitzt zum Beispiel auch hier, die ist ja besonders, besonders zugeneigt dem Neuen und besonders zugeneigt dem Experimentellen. Und deshalb fordere ich auch die Kollegen immer wieder auf, wir haben da drei, vier Erwachsene, wozu der Kollege Müller-Schmid gehört, die die Aufsicht führen, damit das Ding auch finanziell nicht aus dem Ruder läuft. Und ich sage Ihnen immer wieder, ja, ich formuliere das auch so, lasst die jungen Wilden von der Kette. Gebt ihnen die Möglichkeit zu experimentieren. Und dann wird auch was draus. Ich würde sagen, das Internet hat ja jetzt nicht unbedingt darauf gewartet, dass das Deutschlandradio mit Experimentierangeboten kommt, sondern es experimentiert ja mit Radio im Internet schon seit einiger Zeit. Podcasts erfreuen sich zumindest einer gewissen Beliebtheit. Ich möchte nicht behaupten, dass das jetzt schon so die nächste große Welle ist. Moment, wir hatten im letzten Jahr, in diesem laufenden Jahr, 120 Millionen Downloads. Ich darf es nochmal wiederholen. 120 Millionen. Was heißt ein bisschen kleine Beliebtheit. Ich denke, man muss schon zwischen Podcasting und Podcasts unterscheiden. Ich meine, das eine ist die Distributionsform von dem Inhalt, den man halt für das normale Radio macht oder das Klassische oder Traditionelle, wie man es auch immer nennen mag. Das andere sind sozusagen neue Formate, die in der Freiheit entstehen, eben nicht in so ein Gerüst gepresst worden zu sein. Inwiefern ist denn geplant, diese Elemente auch dann mit in den Sandkasten mal mit hineinzunehmen und denen auch nochmal ein Backförmchen in die Hand zu drücken? Also, Sie lassen nicht von dem Good-Cop, Bad-Cop-Dualismus ab. Deswegen will ich jetzt doch kurz erklären, warum wir die Guten sind. Ich höre. Also, als wir gemerkt haben, in welches Gebiet wir dort kommen, auch im Netz, das ist doch vollkommen klar, hat uns zunächst mal Bescheidenheit ergriffen. Wir sind alle da, wenn wir in Köln zusammensitzen, sind Fans von Angeboten wie Radio Lab aus New York und auch Sachen, die auch Tim Pridlove macht. Der ist ja da auch sehr gut und bekannt. Natürlich sind wir in einer total anderen Konkurrenzsituation in der Umgebung. Es ist doch klar, früher hatten Sie die UKW-Frequenz, da waren rechts vier, links vier und in der Mitte hat man sich eingerichtet. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man sich mit internationalen Angeboten, mit einer Vielzahl auch von ganz kleinzelligen Geschichten in ein Verhältnis setzen muss und die Suchmaschinen machen es möglich, dass man tatsächlich Inhalte von Deutschlandradio neben ganz kleinen, aber dadurch ja nicht schlechteren Blog-Audios findet und sich da eben behaupten muss. Und da müssen sich die Kleinen behaupten, da muss ich aber natürlich auch ein großes Medienunternehmen wie Deutschlandradio behaupten, aber da gibt es für uns überhaupt keinen Grund zur Arroganz. Was wir sehen ist, dass die Mittel andere geworden sind, mit denen viele Leute eben Radio hören oder vielleicht soll man da mal sagen Audios hören, Herr Stoll hat die 120 Millionen Podcast-Aprofe, also Off-Time-Angebote für die Radio D erwähnt, das ist eine ganze Menge, das kann auch noch viel mehr werden, weil wir ja jetzt im Moment erst erkennen, wie die mit wachsender Bandbreite auch, das ist eine ganz wichtige Entwicklung vielleicht der letzten paar Jahre, überhaupt die linearen Programmangebote von den nicht-linearen entkoppelt werden können. Also wir haben über viele Jahre, da war das sehr wichtig, die im linearen Programmverlauf möglichst zeitnah auch auf einer Netzseite zu dokumentieren und dann wiederum verfügbar zu machen. Heute sind wir in der Situation, tatsächlich auch, Stichwort iPad, vielleicht wieder eine, dann doch eine Zukunftsvision von einer neuen Form des Küchenradios tatsächlich zu haben. Also wenn man die letzte ARD-Online-ZDF, die Online-Studie sieht, die da eigentlich die robustesten Daten liefert, dann ist es so, dass es auf der einen Seite tatsächlich immer noch einen Trend zu Off-Time-Angeboten, also nicht-linearer Nutzung gibt, aber auch eben mit wachsenden Bandbreiten offensichtlich einen sehr starken Trend, auch bei jüngeren, Stichwort mobile Endgeräte, wieder einfach linear Radio zu hören. Wir haben vor zehn Jahren, hätte man wahrscheinlich hier gesessen, die Zukunft des Radios wird sein, Linearität nimmt ab, zeitsouveräne Nutzung, das ist das Zukunftsmodell, die Leute lassen sich das einfach in ihre Feed-Reader laufen und da hören die dann Radio. Zeitsouveräne Nutzung ist das Codewort für Podcasts im öffentlichen Rundfunk. Ja, ich finde es jetzt auch nicht so wahnsinnig elegant, aber ich wollte nur, damit wir alle wissen, wovon die Rede ist und so. Das ist nur eben auch wieder ein ganz starkes Argument dafür, wenn man sich die Zukunft vorstellt und das tun wir ja, wir wollen ja eine wichtige Rolle in der Zukunft wie in der Vergangenheit spielen, dass man eben nicht auf einen Entwicklungspfad setzen kann. Es gibt in den Smartphones immer bessere Apps für Radios, da sind wir dabei, aber wir haben eben auch uns jetzt in der Redaktion, besonders bei der Radio Wissen, da sind wir auch innerhalb des Hauses sicherlich Vorreiter, uns die Frage gestellt, wie können wir eigentlich Audios publizieren, also publizistisch so aufbereiten, dass sie neben dem Vorher und Nachher, wie es uns der lineare Programmverlauf anbietet, so sichtbar werden, dass man sie verschwerpunkten kann, dass man ihnen sozusagen im Netz nochmal Sichtbarkeit und Hörbarkeit gibt, die tatsächlich erst sowas wie ein Netzportal, eine Website oder wie auch immer sie das nennen, was sie dann kriegen, bietet. Wenn diese zeitsouveräne Nutzung so eine tolle Sache ist, wie fühlt man sich denn dann im Hinblick auf diesen Zwang der Depublikation, die ja dieses Jahr auch viel Welle gemacht hat, vielleicht können Sie auch nochmal sagen, inwieweit Sie da als Deutschlandradio konkret rechtlich von betroffen sind, also was sozusagen vom Netz genommen werden muss oder was auf ewig bleiben darf. Ja, Herr Stoll, bitte. Wir sind davon betroffen, so wie alle anderen Öffentlich-Rechtlichen auch, was es ist, gilt für alle gleich. Wir haben zeitliche Beschränkungen, da muss etwas, darf nur sieben Tage dran stehen, etwas anderes darf zwei oder drei Monate drin stehen. Ich sehe das völlig entspannt. Also das ist Gesetz, wir halten uns an das Gesetz und versuchen das so, um es klar zu kommen, wie halt eben der gesetzliche Rahmen es uns das vorgibt. Ich finde es nicht besonders sexy, also es wäre schöner gewesen, wenn es nicht so wäre, aber nun ist es einmal so und was ich nicht mehr beeinflussen kann, das macht mir auch kein Magengeschwür. Aber wäre da nicht ein bisschen mehr Widerstand aus dem öffentlich-rechtlichen Sektor gegen solche Regelungen nötig? Leute. Ihr habt nicht den blassen Schimmer einer leisen Ahnung davon, was wir einen Widerstand geleistet haben. Ihr habt nicht einen blassen Schimmer einer leisen Ahnung. Na dann mal los. Wir hören. Die Phase, in der wir in der Medienlandschaft doch im Moment sind, wird davon bestimmt, dass die Verlage unter einen erheblichen Druck geraten, die Zeitungsverlage. Und dafür habe ich auch ein großes Verständnis. Denen ist, aus welchem Grund auch immer, weil die haben auch eigene Fehler gemacht, wie damals schon bei den Anzeigenblättern, das Brot- und Butte-Geschäft der Verlage waren die Kleinanzeigen, die Immobilien, die Wohnungen und so weiter und so weiter. Das ist alles ins Netz abgewandert. Und es gibt keinen einzigen Beleg dafür, wie man mit journalistischen, publizistischen Inhalten Geld verdient. Seit wenigen Monaten schreibt Spiegel Online schwarze Zahlen. Die schieben aber eine Investitionsbuchwelle seit 1996 vor sich her. Die müssen noch lange schwarze Zahlen schreiben, bevor diese Buchwelle abgebaut ist. Der Springer-Verlag verdient im Online-Geschäft, aber nicht mit journalistischen Inhalten. Und die Verlage... Also, es schiebt sich eine Träne in mein Auge. Was haben private Verlage mit dem öffentlichen Rundfunk zu tun? Ich meine, aus denen Geld verdienen oder in Rom fällt ein Sack Mehl um. Das ist doch eigentlich egal. Das erkläre ich Ihnen jetzt. Und dann sind die zusammen mit dem Verband der privaten Rundfunkanstalter, dem VPRT, nach Brüssel gegangen und haben in Zweifel gezogen, dass unser Gebührenmodell, also Sie zahlen ja hoffentlich alle 17,98 Euro jeden Monat, brav, Rundfunkgebühr, da kriegen wir unser Geld von. Es sind übrigens 39 Cent, die da jeden Monat an Deutschlandradio gehen. So, und dann sind die Verlage und der VPRT sind nach Brüssel gegangen und haben eine Klage geführt zur Überprüfung, ob das überhaupt rechtens ist. Weil sie nämlich die Konkurrenz von uns fürchten. Und im Internet verdient bisher von allen denen niemand Geld. Und sie fürchten auch, dass wir Ihnen sozusagen einen Teil dieses interessanten Marktes wegnehmen. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben in der Anfangszeit ihres Online-Angebotes auch Fehler gemacht. Der WDR hatte mal Bratpfannen vertickt, parallel zu einer Sendung von Biolek. Es ist seit Jahren abgeschafft, als die Verantwortlichen es gemerkt haben, war es weg. Aber es hängt ihnen immer noch nach. So, und dann hat Brüssel entschieden, dass nur mit einem sogenannten Drei-Stufen-Test, ich will euch den Horror, was das heißt, nicht bildhaft machen, wir haben im letzten Jahr Wochen Arbeit damit verbracht und es hat viel Geld gekostet, wird geprüft, was nun ins Internet rein darf und was nicht. Das ist jetzt die Rechtslage und wir wurden in dieser Vereinbarung mit Brüssel begrenzt. Wir haben Widerstand geleistet, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die Intendantenkollegen, ich auch, ARD, ZDF, wir sind rumgefahren in den Staatskanzleien und in Brüssel wie die Schnürsenkelverkäufer. Nur, das können sie dann nicht mehr wirklich beeinflussen. Und so ist die Gesetzeslage und wie gesagt, ich kriege kein Magengeschwür mehr darüber. Es ist erledigt, so ist es. Es wird sich herausstellen, dass das Ganze ein ziemlicher Unfug ist und es wird auch in ein paar Jahren wahrscheinlich geändert werden. So, und wir haben jetzt auch die ersten Fragen aus dem Saal. Hat sich doch schon einiges aufgestaut. Wenn Sie, ihr, du, kurz euren Namen nennt und dann eben die Frage stellt, ich gebe das mal an das linke Saal-Mikrofon. Ja, Johannes Meinusch. Das war jetzt eine schöne Ist-Aufnahme des, provokativ gesagt, Zerfalls klassischer Medien. Ich würde sagen, irgendwie, wenn man sich hier so umschaut, hat man den Eindruck, wir stehen irgendwo in den letzten vielleicht 10, 20 Jahren am Anfang einer Kommunikationsrevolution durch einfachere Verbreitung von Informationen, durch sehr stark gesenkte Kosten der Verbreitung von Informationen, Informationen von Person zu Person. Vielleicht eine Abnahme so zentral gesteuerter Berichtsmedien. Was ist denn für D-Radio in diesem Zusammenhang die redaktionelle Mission? Oh. Gute Reaktion. Das Problem ist dabei natürlich, wir haben nur noch 30 Minuten Zeit. Aber trotzdem, denke ich, wagt Ralf Müller-Schmidt eine Antwort. Also mit dem Zerfall klassischer Medien, das ist ein großes Wort. Ich sehe ihn nicht. Ich lese sehr gerne, wenn Frank Rieger und Konstanze Kurz, die ja gut bekannt sind, ihre Kolumnen in der FAZ schreiben, ganz schön auf grauem Papier. Das mag ich sehr gerne. Und das ist für mich zumindest ein kleines Indiz, dass dieser Zerfall, den Sie benennen, zumindest komplex ist. Wir erleben den einfach nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht ist es ja so, dass Sie sozusagen ein apokalyptisches Empfinden haben, wenn Sie Medien nutzen. Ich habe das überhaupt nicht. Ich glaube, es war noch nie so interessant wie in den letzten fünf Jahren. Also seit wirklich Bandbreiten da sind, die der Mühe wert sind, im Internet Medien zu verfolgen, zu veranstalten, zu konsumieren, you name it, was immer Sie da machen wollen. Jeder kann online Radio machen. Sie haben die Möglichkeit, kein Staatsvertrag steht Ihnen im Weg, online Ihr kleines, großes, wie auch immer Sie Ihr Selbstbewusstsein da positionieren, Radio zu veranstalten. Ich sehe einfach erstmal überhaupt, dass da nichts zerfällt. Und auch mit den klassischen Medien, für die Sie uns ja jetzt hier so freundlicherweise dann in Anspruch nehmen, und wir, wenn wir uns dann schon klassisch fühlen, haben überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwie was zerfällt. Also ich meine, was nämlich dann in unser Kern... Die Radionutzung steigt da. Die Radionutzung eben. Also das alte Küchenradio, es geht ja nicht darum, was da jetzt auf der Platine sitzt. Das ist ja im Grunde wurscht. Die Frage ist doch, ob man beim Radio noch bügeln kann und andere langweilige Sachen machen. Und ein kluger Kollege bei der BBC hat mal gesagt, Radio wird es so lange geben, solange es noch langweilige Tätigkeiten in dieser Welt gibt. Und das ist... Zumindest ein Aspekt, der auch zeigt, dass man also diese Debatte oder sagen wir mal die Beobachtung oder das Gespräch, was wir jetzt führen, nicht so ganz so linear aufsatteln sollte, im Sinne von Fortschritt, Rückschritt oder klassisch gegen innovativ. Es ist komplexer und es ist auch sehr viel farbenfroher und optimistischer. So nehmen wir das hin, falls auch mit unseren jungen Mitarbeitern jeden Tag wahr. Die nächste Frage kommt von rechts. Ja, ich habe eine Frage bezüglich der Sachen, die im Internet ja nur für sieben Tage angeboten werden dürfen. Warum wird dort nicht komplett auf freie herunterladbare Formate gesetzt? Da könnte man zumindest den Leuten ja ermöglichen, die Sachen dann für sich weiter zu verteilen. Und würde damit ja eigentlich diese Sieben-Tage-Regelung umgehen können. Ja, weil was Sie auch kennen, das ist übrigens was, dem Sie nicht entgehen können, auch wenn Sie jenseits der Rundfunkstaatsverträge was aufsetzen im Netz, Rechte-Management. Wir haben einfach an vielen Sachen nicht die Rechte. Das hat gar nichts mit einem Gesetz zu tun im Sinne der Sieben-Tage-Regelung, über das wir gesprochen haben. Wir haben einfach zum Beispiel, nehmen wir mal Musik, das ist das augenscheinlichste Beispiel, nicht die Rechte, die weiterzugeben. Die gehört uns nicht. So einfach. Beziehungsweise wir müssten dann jedes Mal erneut verhandeln mit denen, die die Rechte haben für diese Nutzung. Der Aufwand ist unbeschreiblich. Also ich glaube, es ging weniger um Musik, sondern mehr um den und vor allen Dingen auch die finanziellen Aufwände. Also dann noch vielleicht eines zum Weitergeben, was den Inhalt, wo wir die Rechte haben, angeht. Wir haben jetzt auf die Radio Wissen die Wissensnachrichten, was so ein Kernprodukt von uns ist unter CC-Lizenz, laufen seit acht Wochen oder so. Und das war auch bei Twitter ganz schön, dass das eine gute Resonanz hatte. Das hat uns sehr gefreut. Und wo wir können, werden wir in Zukunft unsere Inhalte so weitergeben, werden, dass sie auch weitergegeben werden können. Ist doch klar. Also Wissen, was man für sich behält, ist klar. So, die nächste Frage vom Webreporter. Das Netz hat sich eingeschaltet. Ja, das Netz hat sich eingeschaltet und der ISI möchte das Thema Kulturflatrate angesprochen wissen, auch wenn es ja anfangs hieß, GZ und Gebühren sollen nicht thematisiert werden. Vielleicht kurz Statement. Was ist die Frage? Das ist keine Frage, das war nur so in den Raum geworfen vom Chat. Ja, dann schlage ich vor, lassen wir das im Raum stehen, wenn es so in den Raum geworfen ist, weil Kulturflat ist nun wirklich eine ganz andere Diskussion und da kommen wir dann in unendliche Weiten, nicht nur des Netzes. Ich will nochmal kurz eingehen, was eben gesagt wurde, Reaktionen auf Twitter. Wir hatten ja eigentlich dieses Jahr auch einen schönen Verstärkereffekt für das D-Radio, was ja letzten Endes hier mal einen Präsidenten gestürzt hat, allerdings durch einen Beitrag, den zunächst erstmal keiner so recht wahrgenommen hat, dann ging das aber irgendwie einmal durch die Blogosphäre und durch Twitter und kam dann sozusagen in die Medien wieder zurück. Was war das ein, wie ist denn das bei Ihnen aufgeschlagen? War das irgendwie was Neues? Das ist die Frage nach D-Radio. Ist man da stolz drauf, dass das jetzt so eine Wirkung gehabt hat, das Programm auf einmal? Das ist die Frage nach D-Radio als Revolutionsradio, ist immer schwierig, ne? Naja. Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Na, die Reportage, das Interview mit Herrn Köhler, Ich habe es geahnt. Was dann sozusagen... Nein, das hatte mit D-Radio Wissen nichts zu tun. Das Interview ist sowohl gelaufen im Deutschlandfunk als auch im Deutschlandradio Kultur. Es hatte an diesem Tag, es war nämlich an Sonntag, eine Panne gegeben. Wir sind auch nicht am Wochenende so dick besetzt, wie wir in der Woche über besetzt sind. Es hat eine Panne gegeben, dass bei der Übermittlung an die Kollegen im Deutschlandfunk, das war ganz, ganz kurz vor der Sendung, und da haben die ein paar von hinten geschnitten, zack, nur weg, damit sie auf die richtige Länge kommen und haben ausgerechnet diese relevante Frage, die da, oder die relevante Antwort von dem Bundespräsidenten weggeschnitten. Und dann ist Menschen aufgefallen, als wir es im Netz hatten, in der verschrifteten Wiedergabe, ja, ich habe doch gehört, dass der da was gesagt hat, was so ziemlich interessant war, aber warum ist das nicht im Netz? Und dann kam der Vorwurf über unsere Netznutzer, dass wir Zensur ausüben. Da haben wir selber erst diese Panne gemerkt. Ja, und dann ist das ein bisschen untergegangen, aber dann hat er, ich glaube, in Tübingen saß der, Herr Müller-Schmid, dann hat er ein sehr aktiver Netznutzer aus Tübingen, der hat das Ganze dann skandalisiert, als würden wir Zensur ausüben. Wir haben diese Panne eingeräumt, aber die politische Debatte danach, das ist etwas ganz anderes. Also die wäre ohnehin gekommen, aufgrund dieser Aussage. Wissen Sie, der Bundespräsident muss wissen, was er sagt. Und mich persönlich freut das nicht, wenn daraus ein Skandal wird, aber such is life. Und wir haben uns journalistisch sauber verhalten, der Kollege hat sich absolut sauber verhalten, und der Bundespräsident ist für seine Aussagen selbst verantwortlich. Das wird dann öffentlich diskutiert und hat schließlich mit uns nichts mehr zu tun. Also wir machen unseren Job. Der Kollege hat einen guten Job gemacht. Wollen? Nein, man ist auch nicht stolz darauf. Das ist so. Die nächste Frage vom linken Saal-Mikrofon. Ja, hallo, Fabian Guterl ist mein Name. Ich habe eine Frage an die Intendanten, und zwar haben Sie am Anfang gesagt, dass Sie im Moment 60 bis 70 Prozent der Deutschen erreichen mit Ihrem Rundfunkprogramm und schon dabei sind, auf digitale Frequenzen auszuweichen, weil die Frequenzen eng geworden sind und auch digital ins Internet gehen. Und da wollte ich Sie mal fragen, wie Sie dazu stehen, dass jetzt Hartz-IV-Empfänger immer noch kein Recht darauf haben, einen internetfähigen Computer zu besitzen, nur ein Fernsehgerät, und dadurch auch Ihr Programm dann über das Internet gar nicht empfangen könnten. Ich glaube, dazu gibt es nachher noch einen Vortrag. Also bräuchten diese Hartz-IV-Empfänger kann ich auch ein Recht darauf, solche internetfähigen Geräte besitzen zu dürfen, damit Sie auch das größer werdende Angebot an Rundfunk und anderen Medien empfangen können. Also ich bin in den Hartz-IV-Einzelheiten nicht so drin, aber ich kann Ihnen nur sagen, ich freue mich über jeden, der die Möglichkeit hat, über alle möglichen Zugänge auf unsere Programme und andere zu erreichen. mit der Haushaltsabgabe, glaube ich, wird es dann ohnehin anders werden. Ja, vielen Dank. Aber ich kann Ihnen präzise darauf nichts antworten. Die nächste Frage, bitte schön. Aus meiner Sicht müssten diese ganze digitale Publikation bei Ihnen so laufen, dass wenn es jetzt, wenn bei Ihnen Redakteuren einen Beitrag macht, dann muss das irgendwie transparent sein, in welchen Version der geschickt wurde, weil die Redakteure wissen ja teilweise nicht mal selber, wo das Ding gelaufen ist und wenn ich im Radio jetzt das was angehört habe, dann muss ich das irgendwo auf einer Webseite auch nachvollziehen und dann muss ich da auch lesen können, dass der Beitrag an sich nicht mehr verfügbar ist, weil er eben jetzt in diese und jene Kategorie gefallen ist. Es ist nicht das reine Verteilungsmedium, sondern auch das Internet erlaubt eben mehr. Es erlaubt eben auch diese Metainformation. Planen Sie sowas in die Richtung umzusetzen oder ist es einfach für Sie nicht relevant? Also ich verstehe die Frage, so oder den Kommentar, dass Sie danach fragen, im Grunde wie transparent wir auch redaktionelle Abläufe im Netz machen, wie wir Autorschaft so darstellen, dass Sachen auch vielleicht in ihrem Entstehen besser nachvollziehbar werden. Das würde ich mir auch wünschen. Also ich würde mir auch wünschen, dass wir gerade auch bei die Radio Wissen da Vorreiter sind und tatsächlich sagen wir mal, da steckt schon eine Riesenaufgabe drin. Also wenn Sie an die Radiopersönlichkeit on-air denken, wenn wir mal jetzt gerade diese Trennung zwischen online und on-air machen, dann haben Sie ganz andere Möglichkeiten, mit Ihrer Stimme präsent zu sein. Die haben Sie in so einem Webangebot zunächst mal nicht. Da ist der Text und das Bild sind einfach die Dinge, die ins Auge springen und dadurch wird vieles eben auch unter Umständen intransparent. Also nicht verschleiert ist der falsche Ausdruck, aber überkomplex. Radio ist einfach, das lineare Radio ist ein sehr einfaches Medium. Der Moderator hat Namen, die Leute, die sprechen, haben Namen, das wird alles immer ausdrücklich gesagt. Das ist in einem multimedialen Angebot unter Umständen so komplex, dass man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und dann eben diesen Ansprüchen, die Sie formuliert haben, zurecht formuliert haben, auch nicht immer gerecht wird. Aber klar, Transparenz in diesem Sinne von Autorschaft, Redaktion, wichtig. Ja, da gibt es noch eine Nachfrage offensichtlich. Nicht. Okay, war transparent genug. Im Augenblick sind da keine weiteren Fragen aus dem Saal. Herr Stoll, Sie möchten das auch noch aufnehmen? Ja, gerne. Was mir schon die ganze Zeit durch den Kopf geht, es tut mir furchtbar leid, dass ich da so, wie soll man es sagen, so kleinbürgerlich sein muss, um Sie darauf hinzuweisen. Ich als Intendant denke, ohnehin brauchen wir ans Geld. Wir haben ein begrenztes Budget. Die Öffentlichkeit, darunter auch sie, hat ein, wie ich finde, schon ein Recht darauf, dass sie auch sagt, die Kosten für dieses öffentlich-rechtliche System dürfen nicht durch die Decke schießen. Ich will, und wir sind bereit, wir diskutieren täglich darüber, auch diese Herausforderung, der, sagen wir mal, der nicht zu sehr steigenden Rundfunkgebühr auch anzunehmen. Wir reden über Dinge hier, die alle eine, 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 eine relativ große Mittelverschiebung zur Folge haben. Wir bauen im Moment die ganze Online-Seite auf, sozusagen aus den Mitteln, die wir jetzt haben. Was wir in Online hineingeben, entziehe ich dem, jetzt sage ich wieder, klassischen Programm. Und die Online-Nutzer sind immer noch eine kleine, sehr kleine Minderheit. Eine sehr kleine Minderheit. Und die wird wachsen, diese Nutzung wird zunehmen, sie wird bedeutender werden, dort geht auch eine Zukunftsentwicklung hin, das ist alles völlig klar. Nur, wir müssen es auch takten, sozusagen. Wir können nicht die Mittel in unserem klassischen Radio entziehen, wo der überwiegende Teil der Nutzer sitzt, der Hörer sitzt, zugunsten einer Internetverbreitung, wo eine kleine Minderheit sitzt. Die wird größer werden, aber wir können sie nicht so bedienen, wie sie vielleicht davon träumen. Aber sind die Internethörer nicht vielleicht auch andere Hörer, aktivere Hörer, die ein größeres Interesse haben, sich auch einzubringen, die auch bewusst den Weg zur Webseite, zum Programm suchen und sich nicht nur in der Küche oder auf der Arbeit mal so nebenbei ein bisschen bedudeln lassen und ach ja, jetzt kommt das Wetter, wie interessant. Hat man es da nicht mit einer Zielgruppe zu tun, die viel wichtiger ist als eine passive Hörerschaft, die man sonst vielleicht nur so mitnimmt nebenbei? Da haben Sie völlig recht. Warum glauben Sie, es ist sich heute hier? Und deshalb auch gleich die nächste Frage vom Webreporter. Genau. Das Netz stellt die Frage, ob man das nicht vereinigen kann und wenn man digital, wenn man ins digitale Medium geht, wird vorgeschlagen, dass sowieso jedes Küchenradio dann WLAN-fähig sein wird und dass man damit quasi die Digitalradio-Hörer erschlagen würde mit dem, was man im Web anbietet. Erschlagen. Ich denke erschlagen im Sinne von erreichen. Erreichen, ja. Use your iPad correctly. It can harm. Ich habe die Frage nicht verstanden. Ich glaube, es war auch nicht richtig eine im engeren Sinne. Ja, also im Netz wurde eben diskutiert über die technische Seite vom Digitalradio und es wurde gesagt, DAB ist eine Totgeburt beziehungsweise es wurde gefragt über die Zukunft von DAB und DRM, also Digital Radio Mondial und oft kam eben der Einwand, dass man das doch eigentlich gar nicht bräuchte, weil die Digitalradios WLAN-fähig wären und Internet-fähig und man diesen Verbreitungsweg dann nutzen könnte. Also ich weiß, man kann auch eine andere haben. Ja, also was das DAB angeht, man soll das jetzt auch nicht so klein reden, als ob das irgendwie so eine Sache von vor, vorgestern wäre. Das ist schon ein technischer Standard, der vor allem für nationalen Rundfunkanbieter wie uns einen riesigen Vorteil hat. Das ist tatsächlich Broadcastable. Ja, also man kann das tatsächlich eine Frequenz für ganz Deutschland, auch wenn das jetzt noch idealtypisch ist, installieren. Die Sendeleistungen sind da. Wenn wir jetzt da über die Möglichkeit eines digitalen Streams sprechen, dann haben wir überhaupt nicht die Sendeleistungen. Wenn Sie heute mit Ihrem iPhone hier durch die Berliner U-Bahn fahren, dann müssen Sie schon Glück haben, wenn Sie die Radio Wissen oder Deutschlandfunk durchgängig hören können. Das nervt. Das ist einfach Radio, was dauernd abbricht, ist auch nicht gut. Auch wenn es irgendwie technisch innovativ ist, da hat man keinen Spaß dran. Wenn LTE da ist, vielleicht kommen dann die Bandbreiten zumindest in den Ballungsräumen, eine flächendeckende Versorgung zu haben. Aber wir müssen uns natürlich auch fragen, okay, wir sind ein nationales Radio. Wenn wir jetzt ein regionaler Anbieter wären, der sich sagen wir nur um Ruhrpott kümmern muss, dann würden wir sagen, ja toll, da ist die Dichte so groß wahrscheinlich, gibt es gar keine Probleme. Aber wir müssen auch an Mecklenburg-Vorpommern und andere wunderbare Landschaften denken, die auch unsere Programme brauchen. Und da ist es mit LTE dann vielleicht in der mittleren Zukunft auch nicht so doll. Also dann nochmal das Plädoyer vom Anfang, jedenfalls auch an uns gerichtet, keinen Pfad in der Entwicklung auszulassen, sondern möglichst tatsächlich die Distribution unserer Programme so divers zu gestalten wie möglich. dann kann man, glaube ich, sinnvoll über die Zukunft sprechen. So, die nächste Frage vom linken Saal-Mikrofon. Bitte schön. Elmar Meuswild, schönen guten Tag. Ich habe den Eindruck, wir oder Sie reden vor allem sehr viel von Distribution, das heißt vom Weg, vom Sender zum Hörer. Ich möchte nochmal in die Kerbe hauen, was ist mit dem Rückkanal? Das ist schon ein paar Mal so ein bisschen angesprochen worden, aber ich finde, da ist sehr, sehr viel Nachholbedarf. Ich habe mir eben mal den Twitter-Kanal angeguckt von D-Radio, D-Radio-Kultur. Ist ja ganz lobenswert, da wird einiges verbreitet. Was mir dort vollkommen fehlt, ist die Rückmeldung. Schauen Sie sich mal Kanäle an von ZDF Online, von ProSieben, von anderen Anbietern. Sie sagen das auf der einen Seite, gut, das ist jetzt nur eine Minderheit und wir müssen jetzt Mecklenburg-Vorpommern mit bedienen. Das ist alles ganz schön, aber ich glaube, was Sie momentan vermissen, was fehlt, ist zuhören, was kommt von den Hörern zurück, die die Möglichkeit haben, die technische Möglichkeit haben oder hätten, zum Beispiel über Twitter, Ihnen Rückmeldungen zu geben über die Programme. Das ist etwas, was ich ganz, ganz stark vermisse beim Deutschlandradio. Konkrete Frage wäre jetzt von meiner Seite, was ist vorgesehen von Ihrer Seite über Twitter? Gut, Facebook, wir wollen nicht über die tausendste Fangruppe reden, ja, es gibt noch ganz andere Möglichkeiten. Was ist konkret vorgesehen? Sie haben gemeint, die Mittel sind begrenzt, okay, aber ich denke, es geht hier nicht darum, einen weiteren Distributionskanal zu öffnen, weiter Informationen zu verbreiten, es geht darum, zuzuhören von denen, die Ihnen Informationen und Rückmeldungen bieten können, was können Sie besser tun, wie können Sie im Markt, im Wettbewerb, der es ja letztendlich auch ist, öffentlich-rechtlich hin oder her, weiter und besser bestehen? Ja, zunächst mal vollkommen richtig, ja, also das, was ist jetzt, das Problem sehen wir auch, ja, die Digitalisierung hat tatsächlich Medien als Kommunikation wieder, wieder deutlich gemacht, wie das, wie das der alte Brecht schon in der Radiotheorie auch aufgeschrieben hat, da war es ein Traum, jetzt ist es möglich, wir können tatsächlich sozusagen auf Rückkanal auch senden, beziehungsweise den Rückkanal reinholen, nur man kann uns jetzt mal jenseits der technischen Einrichtungen natürlich nicht für die, ich nehme jetzt mal D-Radio Wissen, ja, und wir machen da ein Thema, sagen wir mal, irgendwas so aus dem Bereich der Kernphysik, ja, da bieten wir bei jedem Beitrag auch eine Kommentarfunktion an, die ist technisch so vorgesehen, jetzt ist die Frage natürlich, tja, zwei Kommentare, wenn es hochkommt, zu einem Problem aus der, im engeren Sinne Teilchenphysik, sollen wir uns da jetzt anfangen, Gedanken zu machen, dass da irgendwie was nicht stimmt, dann müsste man ja sozusagen das Gespräch darüber so gestalten, dass wir aktiv bei den Hörerinnen und Hörern dafür sorgen, dass die dazu irgendwie Stellung nehmen, das kriegt dann irgendwie Schlagseite, dann wird es ganz seltsam, dann haben sie plötzlich eine Redaktion, die wahnsinnig damit beschäftigt ist, bevor sie sich sozusagen den Sachen verschreibt, was wir jeden Tag tun müssen, auch um das, so sagen, das komplexe Angebot der Welt überhaupt selber zu verstehen, wenn wir bei aller Berechtigung, die das Angebot der Kommunikation an die User und Hörer hat, dazu sehr drauf achten, ja, dann werden wir auch irgendwie, ja, ich will nicht sagen, ja doch, selber korrumpierbar, ja, also ich glaube, das hat dann, dann kriegt man schnell so einen werbenden Ton hinein, so nach dem Motto, hallo, sprecht mit uns, geht auf uns ein, wir haben was Schönes, ja, das, das versuchen wir zu vermeiden, gleichzeitig aber eben auch die, sagen wir mal, die Debatte über die Sache, natürlich als, als Möglichkeit ist sie ja schon da, ne, und manchmal geht es uns auch so, dass wir sagen, okay, solange wir da keinen Kommentar haben an der Stelle, haben wir auch was richtig gemacht. Bevor der Webreporter dann die nächste, dann die nächste Frage stellt, der Stoll noch, ja. Darf ich noch eine Bemerkung dazu, Sie alle, die hier sitzen, sind außerordentlich aktive Nutzer dieser Möglichkeiten, sonst würden Sie hier nicht sitzen, und das sind die aller, allermeisten Menschen nicht, und jemand, der in eine Kommunikation mit uns hineingeht, verdient, dass er eine Antwort bekommt. Da müssen Sie also auch aufpassen, was Sie da tun, weil er verdient eine Antwort, und dann sind Sie ganz schnell dabei, dass Sie einen relativ hohen Aufwand betreiben, in diese Antwort auf eine Kommunikation, und die wird niemals befriedigend ausgehen. Die wird niemals befriedigend ausgehen, weil Sie diese wirklich individuelle Kommunikation nicht hinkriegen. Ich kann ja mal ein Beispiel geben, also wir hatten unsere größten, Anführungsstriche, Erfolge, was Kommunikation angeht, bei Themen, die aufreger sind. Also ich habe mal vor ein paar Wochen einen Blog-Eintrag zur Astrologie gemacht, weil es irgendwie zum Start des Programms hatten wir uns mal einen Astrologen eingeladen und dachten, okay, also wenn schon die Zukunft, ganz hier im Sinne von Tim Schrittler, fand ich nicht gut, aber kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Wir dachten, okay, also so eine normale Statistik hat einen Prognose-Zeitraum von fünf Jahren, die Astrologie mutet sich da mehr zu. Das hat unglaublich Ärger gegeben in der Community, ja, also das hagelte Kommentare und zu Recht ja auch sehr Kritische gegen die Beweiskraft der Astrologie. Wir haben uns da natürlich auch das sozusagen zunutze gemacht und ich glaube, jeder, der in Medien unterwegs ist, der macht es auch, weil wir wissen, there is no bad publicity, also es ist gut, wenn über jemanden gesprochen wird, aber man muss es eben auch in dem Sinne, wie Herr Stoll eben sagte, sehr fein dosieren. Das können Sie einmal machen und dann denken Sie, wow, das geht aber jetzt ab im Blog. Das kriegen Sie aber mit einem Thema aus der Tagespolitik oder aus der Geschichte nicht hin. Auch die FAZ hat nicht jedes Mal eine Debatte, die haben das ja auch sehr intensiv probiert, auch auf ihrer Seite, die sie gerne anzetteln möchten. Wir alle würden gerne Debatten anzetteln, wir alle hätten gerne viel Traffic auf unseren Seiten und die technischen Möglichkeiten sind zur Hand. Manchmal geht es nicht, manchmal ist es aber auch gar nicht gut. Manchmal geht es für uns auch einfach darum, ein Programm zu machen, das schon dadurch befriedigt, dass es nicht kommentiert wird. Auch das gibt es. Die nächste Frage vom rechten Saal, Mikro. Ja, das Geld hat mich ein bisschen provoziert. Selbstverständlich sind Mittel knapp, aber im öffentlich-rechtlichen Bereich gebührenfinanziert, stelle ich eben in den letzten Jahren fest, dass sehr viel Versorgungsposten geschaffen worden sind, auch für parteipolitische Karrieren, da sehr viel in den Verwaltung steckt und das unter Umständen auch einiges zu Lasten von redaktioneller Arbeit ging. Da würde mich auch vom Moderator Herrn Welchering mal interessieren, er ist ja auch Journalistengewerkschafter, wie diese zunehmende Unterwanderung des öffentlich- rechtlichen Rundfunks mal insgesamt und nicht nur in Ihrem Hause gesehen und beobachtet wird. Wäre ja auch mal was Spannendes. Und in dem Zusammenhang einfach die Frage, auch durch den zwölften Rundfunkänderungsstaatsvertrag ist es ja so, da können Sie nichts dafür, aber die Ministerpräsidenten haben ja einheitlich beschlossen in der Führung von Herrn Beck, dass ihr vor allem auch im Fernsehbereich, aber nicht nur Beiträge entfernen müsst aus euren Angeboten. Wie sieht denn da der Widerstand aus? Könnt ihr das überhaupt noch leisten angesichts der parteipolitischen Abhängigkeit in euren Gremien? Wie wird es gesehen und wie steht auch beispielsweise Ihr Haus ganz speziell zu Open Access? Mir wäre es ja schon froh, ich will noch gar keine Ausweitung. Ich will eigentlich, dass die Enteignung des Gebührenzahlers aufhört, die ja stattfindet. Das, was in Inhalten erarbeitet worden ist, mit unseren Gebühren wird weggenommen durch politische Entscheidungen und wie ich finde, durch zu wenig Widerstand durch öffentlich-rechtlichen Anstalten. Ja, gleich zwei Fragen an den Intendanten, an den Stoll. Also, ich will nicht auf diese Debatte einsteigen, aber zunehmende Unterwanderung und irgendetwas durch Politik tut mir furchtbar leid. Sie kennen die Realität nicht. Und es ist auch nicht so. Nein, 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 es gibt Leute. Aber gerne, aber gerne. Nein, nein, Entschuldigung, Entschuldigung, das lasse ich mir nicht unterstellen. Das lasse ich mir nicht unterstellen. Und das möchte ich auch nicht nicht, dass Sie das den anderen Kollegen unterstellen. Causa Bränder nehmen wir jetzt mal raus. Aber ich sage Ihnen, der öffentlich- rechtliche Rundfunk war noch nie so wenig beeinflusst von der Politik, wie er heute ist. Können Sie annehmen, können Sie nicht annehmen, aber Sie wissen nicht, wovon Sie reden. Und dass wir die Redaktionen zurückfahren, dass wir die Verwaltungsteile stärken, ist ein völliger Quatsch. Deutschlandradio hat einen Anteil von 4,8 Prozent seiner Gesamtleistung, das in die Verwaltung geht. Wir haben einen Eigenproduktionsanteil im Deutschlandfunk, der liegt bei über 80 Prozent. Wir haben einen Eigenproduktionsanteil bei Deutschlandradio Kultur, der liegt bei über 75 Prozent. Wir stellen diese Formate selbst her. Wenn sich andere um uns herum die Rundfunkwelt so entwickelt, dass diese anspruchsvollen Formate nicht mehr gemacht werden, das sind andere. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich rede von Deutschlandradio, seinen Programmen und seiner Produktion und seiner internen auch Rundfunkfreiheit. Da können Sie lachen und grinsen. Es tut mir furchtbar leid. Da bin ich angefasst. Nächste Frage vom linken Saal-Mikrofon. Ja, hallo, man nennt mich Grex. Ich möchte noch auf ein, naja, drittes Medium vielleicht hinweisen, diese Debatte. Und zwar gibt es meiner Ansicht nach zwischen dem, naja, meinetwegen Podcasten und dem klassischen Formatradio, meinetwegen in Deutschland, in Österreich, in Schweiz und anderen Ländern seit vielen Jahren das sogenannte Freie Radio. Ich komme aus Leipzig, mache dort bei Radio Blau mit. Es gibt in Sachsen noch zwei andere. Den freien Radios in Deutschland geht es alles andere als gut. Das hängt meist von den Landesregierungen ab. In Sachsen ist die Lage uns mit Verlaub sozusagen beschissen. Und wenn DAB meinetwegen kommt, wenn UKW irgendwann letztlich abgelöst wird, stellt sich für viele freie Radios die pure Existenzfrage, weil es gibt viele sozusagen, naja, Angriffe gegenüber freien Radios. Es gibt da auch Ausnahmen, wo sie sozusagen gerne gesehen werden. Aber es gibt natürlich Landesregierungen, wo sie sofort, ja, gekickt werden wird, wenn sich die erste Möglichkeit bietet so. Und die freien Radios arbeiten natürlich untereinander zusammen. Deswegen ist das halt auch nicht so ganz das klassische Radio, weil es gibt zum Beispiel die Plattform freieradios.net, wo die Sendungsmacher aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz ihre Beiträge hochladen können, gemeinfrei und für immer. Also für, da stehen Beiträge seit zehn Jahren drauf. Und die können dann überall gesendet werden, wo man also lustig ist. Ich weiß, Sie sind jetzt nicht die Entscheider für freie Radios in Deutschland. Aber wie steht in dem Fall meinetwegen Deutschlandradio, der Radio Wissen sozusagen zu freien Radios und als, ja, wie ich finde, eine wichtige Meinungsvielfalt in Deutschland. Und wie, ja, steht sie zu der Debatte, wenn also UKW vielleicht abgeschafft wird, dass dann einige freien Radios, ja, sozusagen von der Klippe springen müssen. Danke. Ich bitte um eine ganz kurze Antwort an Ralf Müller-Schmid. Wir müssen jetzt gerade die Sendezeit auch ein wenig im Auge behalten. Okay, also nur, wir machen zum Beispiel jeden Abend 18.30 bis 20 Uhr die Redaktionskonferenz auf die Radio Wissen. Das ist unter anderem ein Ort, wo wir mit den Uniradios, die ja auch eine Form von freien Radios sind, regelmäßig zusammenarbeiten. Zu uns kommen auch oft Leute aus der freien Szene und bieten uns ihre Sachen an. Und wir sind da tatsächlich erst mal interessiert. Wir sind dankbar für die Vielfalt, die es da gibt. Und wo wir lernen können, lernen wir auch von denen. Und wenn wir auch mal als Arbeitgeber dort für Autoren, die aus der freien Szene kommen, fungieren können, dann tun wir das auch. Ansonsten würde ich mir über die Zukunft auch gerade für die Freien in Anbetracht der guten Möglichkeiten im Netz zu streamen relativ wenig Gedanken machen. Aber ich kenne natürlich jetzt Ihre Probleme da auch nicht so genau. Aber ich nehme sie sehr ernst. Die letzte Frage im Rahmen dieser Sendung. Wir können danach gern noch weiterfragen, nur werden wir vorher ausgeblendet. Da kommt noch mal gleich eine Ansage. Jetzt vom rechten Saal-Mikrofon. Bitte ganz kurz. Ganz kurz, um die Vorlage noch mal aufzugreifen mit den Finanzen. Sind denn sozusagen die Finanzenausgaben der Sender als offene Daten verfügbar und wie genau ist das? Kann ich da auch sehen, welche Honorare sozusagen fließen? Und dann wollte ich noch zum anderen auch in die andere Richtung. Eine zweite kleine Frage. Solche Podcaster und Leute hinter freien Lizenzen und vieles Schlagwort auch wie Tim im Internet publizieren. Habt ihr die auch auf dem Schirm von denen vielleicht gewisse Beiträge zu übernehmen? Die Transparenz nach den Finanzen. Willi Stoll. Gehen Sie ins Netz. Da finden Sie von allen Rundfunkanstalten die Budgets, die Wirtschaftsdaten in einem jährlichen Wirtschaftsbericht veröffentlicht. Und da sehen Sie, in welche Teile der Häuser wie viel Geld hineingeht. Das ist sehr transparent. Und die nächste Frage wird Ralf Müller-Schmid dann gleich noch privatissimi beantworten. Herzlichen Dank an die Diskutanten hier auf dem Podium. Willi Streul, Intendant von Deutschlandradio. Ralf Müller-Schmid, Redaktionsleiter von der Radio Wissen. Tim Pridlaw, der mit mir moderiert hat. Aus Berlin verabschiedet sich Peter Welchering. Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur. Dokumente und Debatten. Meine Damen und Herren, in Ergänzung an unsere Programme übertrugen wir vom 27. Chaos Communication Congress in Berlin die Diskussion, was heißt hier digital? Was kommt nach dem analogen Radio? Die Moderation hatten Tim Pridlaw und Peter Welchering. Wir blenden uns jetzt ein in die laufenden Programme Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur. So, jetzt sind wir wieder unter uns, ne? Und da blenden wir uns aus, genau. Jetzt packen wir aus. Und meine Bitte wäre, die zweite Frage nach der Kooperation von Ralf Müller-Schmid noch zu beantworten. Ja, also ich sage es nochmal, also zum Beispiel, wir haben ja auch viele Leute, zum Beispiel, ich weiß nicht, manche werden von Ihnen die Sendung Breitband auf Deutschlandradio Kultur kennen, die ich das Vergnügen hatte, vor ein paar Jahren mit aufzubauen. Und das war ja tatsächlich ein Projekt, was über viele Schritte, zunächst über eine Sache, die sich Blogspiel nannte, aus der freien Szene kam. Also das war wirklich ein sehr komplex aus dem, aus sozusagen der Community heraus entwickeltes, zunächst im Netz stehendes Hörspiel-Upload-Portal, wo Leute ihre unabhängigen Produktionen hochladen konnten. Dann gab es ein Ranking und die wurden dann auf Deutschlandradio Kultur gesendet. Daraus hat sich dann im Laufe der Jahre ein richtig ausgewachsenes Magazin für Medien und die digitale Kultur entwickelt. Und das ist, finde ich, ein gelungenes Beispiel für so eine Art von eben Kooperation von öffentlich-rechtlicher und freier Radioszene. Wir haben noch eine Frage vom... Sie können sicher sein, dass wir im Deutschlandradio völlig offen sind und es sogar uns wünschen, dass solche Initiativen und Kooperationen zustande kommen. Gerade auch für die Radio Wissen. Trotzdem hat ja die Radio Wissen sich auch vor allem mit den Verlagshäusern jetzt zusammengetan. Also meines Wissens gab es eine Serie von Gesprächen, die von der Zeit organisiert war und vom Heise Verlag. Das ist ja dann eigentlich eher dann die traditionelle Publikationsrichtung, die da eingeschlagen wird. Ja, und seid ihr mit eurem Digitalen ja auch noch nicht so alt. Bitte? Nun seid ihr mit eurem Digitalen ja auch noch nicht so alt. Wir werden selbstverständlich auch die Kooperationen im Digitalen weiter treiben. Lasst uns doch ein bisschen zusammen das beobachten. Geben wir den Leuten am Saalmikrofon noch eine Chance. Bitte schön. Jetzt ist leider die Zukunft ein bisschen der Gegenwart zum Opfer gefallen. Eingangs erwähnen Sie, Sie würden erneut in digitales Audio-Broadcasting sich einbringen und investieren, Gelder freilegen. Was soll da besser werden als das, was bisher nicht geschehen ist im digitalen Audio-Broadcast-Bereich? Wie sollen diese wunderbaren, schönen UKW-Sender, die in einer mindestens positiven Qualität übertragen werden, was soll da anders werden? Was wird da für ein Investitionsgrab aufgegraben, in das Gelder geschüttet werden? Welche Motivlage haben Sie da? Was dreht sich dazu an? Unsere Motivlage von Deutschlandradio ist ziemlich klar. Die digitale Terrestrik ist die einzige Möglichkeit, wie wir bundesweit unsere drei Programme tatsächlich hörbar machen können, weil die UKW-Frequenzen begrenzt sind und weil wir zwar der nationale Hörfunk sind, aber wir nicht ausreichend UKW-Frequenzen haben, um das Bundesgebiet abzustrahlen. Deshalb war unser Interesse immer, DRB ist eine Technologie, mit der wir dies erreichen können. Und um uns herum, in der Schweiz, in Frankreich, in Holland, in England, in den skandinavischen Ländern setzt man auch auf diese DRB-Technologie. Ich weiß, dass man das auch unterschiedlich sehen kann. Mir, ich nehme jede, für Deutschlandradio, jede sinnvolle UKW-Frequenz, die man mir schenkt. Nur so ist es nicht, dass man mir UKW-Frequenzen schenkt. Und deshalb ist für uns die DRB-Technik eine Technologie, von der wir hoffen, dass sie sich durchsetzt. Aber ich gebe Ihnen ja, das habe ich vorhin schon gesagt, es muss und wird der Markt entscheiden. Und das werden wir in einigen Jahren sehen. Es gibt noch eine Frage, wird gerade angedeutet. Nee, okay, dann, ja, der Webreporter, genau, der ist uns jetzt ganz aus den Augen geraten. Ja, der Markt in Form des Netzes drängt drauf, wenn Sie gesagt haben, dass Sie Eigenproduktionen im Bereich von ungefähr 75 Prozent haben, wurde die Frage gestellt, ob es erstens die Infrastruktur gibt, um diesen Content dann auch längerfristig zu speichern, um ihn später verfügbar machen zu können. Und die Idee wurde aufgeworfen, dass man doch dann den Content auch unter einer Creative Commons License veröffentlichen könnte. Oder zumindest ein Teil davon. Ja, klar, das tun wir ja, also die Idee ist richtig. Creative Commons halte ich auch für ein dem Öffentlich-Rechtlichen sehr gemäßes Publikations- Ja, langsam. Keine Lorbeeren für mich an der Stelle, geht noch weiter. Das ist tatsächlich so, wenn man also an die Zurverfügungstellung von Sachen, die uns gehören, nehmen wir die Wissensnachrichten, sicher in Zukunft, wenn uns das gelingt. Das muss man wirklich genau prüfen, damit man sich keine Scherereien einhandelt, auch mit den Nachrichtenagenturen. Die sitzen da nämlich auch als Lizenzhalter am Ende der, oder an einem Ende der Verwertungskette. Ja, wenn das möglich ist, werden wir das machen. Nur, also ich warne vor romantischen Fantasien, dass wir in der Lage wären, tatsächlich unseren gesamten Content unter CC verfügbar zu machen. Und du kannst nur noch mal sagen, also die Musik ist nur ein Beispiel. Ich nehme es aber noch mal, weil es so augenfällig ist, nehmen wir ein halbstündiges Wissenschaftsfeature, ja, wo aus dramaturgischen Gründen im On-Air-Programm eine Musik läuft. Weiß der Däubel, irgendwas aus Matrix, ja, so ein Wiedererkennungswert, aha, jetzt geht es da und darum. Das können wir schon so nicht online zugänglich machen. Da reden wir doch nicht von CC-Lizenz. Das kann so nicht in die Off-Time-Nutzung überführt werden, da haben wir nämlich nicht die Rechte zu. Also müssen wir hergehen und aus dem Ding die Musik rausschneiden oder die Wortsumme senden, was dazu führt, dass unser Produkt leidet. Weil was ist ein gut gestricktes Feature, wenn plötzlich die Musik raus ist? Hat sich der Regisseur die ganze Arbeit umsonst gemacht? Das sind alles so Sachen, die eben sehr hakelig sein können in der Praxis und was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, ist eben, dass die Produkte leiden. Ja, das darf nicht passieren, dann werden die Leute erst gar keine CC-Lizenz wollen von irgendetwas, was ihnen nicht gefällt. Noch eine Anfrage aus dem Netz. Dazu wendet das Netz jetzt ein, man könnte doch stattdessen freie oder CC-Musik verwenden. Ja, machen wir in Breitband auch. Also Breitband war das erste Radiomagazin meines Wissens nach, wo wir mit nur CC-Musik gearbeitet haben. Das klappt auch ganz gut, aber da reden wir über eine wöchentliche Sendung, die am Samstag 14 bis 15 Uhr auf Deutschland Radio Kultur gesendet wird und dann im Netz ist. Aber das ist eine Stunde von dreimal 24, die wir zu verantworten haben, digital. Und das ist ein Anfang, aber ich meine jetzt, nicht nur CC-Musik ist gute Musik. Also das ist auch nochmal eine Sache. Das wäre auch sehr schmal, wenn wir das machen würden. Da gibt es noch zwei Fragen. Bitteschön. Ja, kurze Anmerkung. Ich finde, die komplette Art und Weise, wie von Ihrer Seite an die Debatte rangegangen wird, ist schon falsch. Ich finde, Sie müssen sich eigentlich eher fragen, wie Sie diese Sachen öffentlich zur Verfügung stellen sollen, anstatt Sie jetzt mit irgendwelchen Sachen wie Matrix-Musik um die Ecke kommen. Sie müssen von vornherein eigentlich eher daran gehen, wie kann ich es mit z.B. CC-Lizenzierter oder anderen Freilizenzen besser machen. Ich finde, diese Verteidigung von dann proprietären Sachen, finde ich schon eine vollkommen falsche Herangehensweise. Meine Frage an der Stelle einfach, neues Format eingeführt, wieso wird jetzt diese Sandbox, wie Sie sie nannten, nicht einfach dazu genutzt, diese Sachen mal umzukrempeln? Ich habe das letzte akustisch nicht verstanden. Ich sagte, Ihr neues Sendeangebot wurde vorhin als Sandbox tituliert. Warum wird nicht versucht, da jetzt einfach mal anders ran zu gehen? Warum immer diese klassischen Herangehensweisen? Ja, also mit dem klassischen, um jetzt vielleicht mal anders drauf zu kommen. Wir haben bei D-Radio Wissen einen ganz schmalen Stamm von festangestellten Mitarbeitern. Das sind nur ein paar. Das sind ein gutes Dutzend. Kein dreckiges Dutzend, ein gutes Dutzend. Und sehr, sehr viele freie Mitarbeiter, die davon ihre Familien ernähren, die davon ihre Computerprogramme kaufen, indem sie für uns arbeiten. Das Geld, das wir denen zahlen, zahlen wir denen aufgrund von Verträgen, die wir mit ihnen machen. Das sind genauso Nutzungsverträge, das sind Autorenverträge, die dafür sorgen, dass deren Arbeit bei uns gesendet werden kann und dass sie dafür einen Gegenwert kriegen. Darauf würde ich ungern verzichten. Und ich glaube, wenn Sie Ihr Modell radikal, was mir ja sympathisch ist, das zunächst mal als Gedankenexperiment durchzuspielen, dann haben Sie eine Situation, in der niemand mehr an dem, was wir an Qualität liefern, was verdient. Und dann verschwindet die Qualität. Ja, herzlichen Dank. Die nächste Frage, bitteschön. Okay, ich versuche es nochmal mit der Redaktion. Also wir haben jetzt sehr viel über Verbreitungsmechanismen gehört und die Problematik, ein Radio einer breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Das ist sicher wichtig. Aber die eigentliche Revolution, auf die ich vorhin eigentlich abspielen wollte, geht in Richtung Rückkanal. Also wenn Kommunikation sich so verändert, dass Menschen Einfluss darauf nehmen, was andere Menschen kommunizieren, und ich denke, das passiert im Internet vermehrt, wie stellt sich die Redaktion eines Radios, das, was Tim vorhin als erstes gefragt hat, dieser Herausforderung, wie bearbeiten wir redaktionelle Inhalte oder wie wählen wir sie aus, anhand dessen, was wir messen, was unsere Kunden kommunizieren oder zurückmelden. Und wo ist da die journalistische Mission? Wo soll es da hingehen? Wie sieht das in 20 Jahren aus? Oder 10 Jahren? Es sind exakt diese Fragen, die wir täglich tatsächlich diskutieren. Das diskutieren wir täglich. Wie die Zukunft aussieht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur jetzt sagen, wir müssen Formen finden, wie wir diese Kommunikation, dieses sich verändernde Kommunikationsverhalten so gut wie möglich bedienen. Ich mache gleichzeitig darauf aufmerksam, dass 98 Prozent unserer Nutzer, unserer Hörerinnen und Hörer für unsere Programme, unsere Programme in der klassischen Form nutzen. Die Nutzung wird sich hin zu ihrer Nutzung zunehmend verändern. Aber ich wage jetzt mal eine Zukunftsprognose. Ich bin 59 Jahre alt, ich werde bereits unter der Erde liegen. Wenn sich diese Nutzung der modernen Art so signifikant verändert hat, dass wir mehr in diese Form der modernen und neuen Kommunikation hineingehen müssen und unsere alten klassischen Programme aufgeben. Mit dieser Aussage auf die Zukunft bin ich ganz sicher. Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich finde, Sie haben noch eine Chance, die Party mitzufeiern. Bitte, Ihre Frage. Ich bin begeisterter Hörer von Ihrem Programm. Also zum Beispiel Forschung Aktuell ist ein wunderbares Format. Bisschen lauter bitte. Forschung Aktuell ist meiner Meinung nach ein wunderbares Format. Nur das Problem, was ich sehe, ist, wenn zum Beispiel ein Journalist von euch einen Forscher interviewt, ist das meinetwegen ein Interview von anderthalb bis zwei Stunden manchmal und dass einfach dieses Material nicht zugänglich ist, dass er nur vier bis fünf Minuten zusammengedampfte Informationen dann rüberkommt und so viel tolles Material einfach der Öffentlichkeit nicht zugänglich wird. Ja, das hört man wahnsinnig gern, wenn man schon viele lange Interviews geführt hat und sagen wir mal, wenn von anderthalb Stunden sieben Minuten übrig bleiben, die Annahme, dass der Rest toll war, das ist gut. Das, aber mal Spaß beiseite, das ist, Sie sind da sicher unter vielen, die so enthusiastisch sind und was ich echt großartig finde, ja, also weil das ist natürlich klasse, wenn man sagt, ach Mensch, das interessiert mich so sehr, ja, ich will zum Beispiel an die Rohdaten ran, ja, ich will tatsächlich das sozusagen in den ungeschnittenen Part haben. Jetzt mal, wir versuchen das zum Teil bei D-Radio Wissen, indem wir Interviews mit fremdsprachigen Gästen im Original schon mal online präsentieren und dann on air in einer geschnittenen mit Voice-Over überlegten Fassung dann bringen. Das ist aber wahnsinnig viel Arbeit. Es ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit und wir kommen da wirklich auch an unsere Grenzen. Also wir kommen wirklich an unsere Grenzen. Was ich nicht möchte, ist, dass wir sozusagen schlechtes Material rausgeben. Also dafür bin ich viel zu sehr Journalist an der Stelle und wer hätte Interesse, das Ganze, was zurecht weggeschnitten wird, noch zu hören. Also da muss schon eine gewisse Leidensfähigkeit sein, wenn man sich das zu tun will. Das ist ein falscher Vergleich, ein Interview mit einem Wissenschaftler, was bei uns sieben Minuten in der Sendung umfasst. Da nimmt man nicht zwei Stunden dafür auf, sondern man recherchiert, man hat seine präzisen Fragen, man macht ein Vorgespräch mit dem Mann, das dauert dann vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten und dann führt man ein präzises Interview und dann kommt man raus und hat vielleicht acht und eine halbe oder neun Minuten und macht daraus sieben. So ist die Realität. Aber vielleicht haben wir jetzt hier auch wirklich mal genau den interessanten Bruch, weil tatsächlich sind diese überlangen Formate im Internet außerordentlich populär und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist durchaus möglich, ein zwei Stunden langes Gespräch zu führen, was auch zwei Stunden lang interessant ist. Und ich frage mich halt, ob es nicht so eine Art Konvergenz sein könnte, dass sich ein Radioprogramm eben nicht nur in der Zwangsjacke des 24-Stunden-Programms versteht, sondern vielleicht einfach lange Inhalte produziert und in das Zeitprogramm ein Destillat aufnimmt, aber sehr wohl auch außerhalb im Internet offene Formate macht, die jetzt nicht in irgendeine Zeitjacke von sieben Minuten, 30, 15 Minuten etc. Ich will nicht schon wieder den Spielverderber spielen, aber es gibt halt eben gesetzliche Regelungen und gesetzliche Regelungen heißt auch, das was wir im Internet machen, ist programmbezogen, programmbegleitend und programmstützend. Wir werden nicht alleine für das Internet sozusagen neue Programmformate erfinden, so schön wie sie sind, ein Zwei-Stunden-Gespräch mit einem Philosophen, ein Zwei-Stunden-Gespräch mit einem Literaturwissenschaftler, mit einem Informatiker, wunderbar. Aber im Programm ist unsere Maximalsendezeit 55 Minuten, dann kommen die Nachrichten. Ja und diese Sendezeit haben wir jetzt lange, lange überschritten. Herzlichen Dank für Ihre, Eure Fragen. Es war wirklich klasse, war eine gute Diskussion. Vielen Dank und wir würden uns freuen, wenn wir die Diskussion über alle Kanäle, die Radio hören, twittern, Mail an die Autoren, Mail an die Redaktionen auch fortsetzen könnten. Dankeschön. 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 Dankeschön.